Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Von mir gibt es heute eine Review zu dem Film Und dann kam Dad mit Sebastian Maniscalco und Robert De Niro. Die Blu-ray wurde mir von Leonines Studios als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Mich echt gefreut und habe den Film auch direkt geguckt. Also der ist jetzt seit dem 15.09.2023 im Handel zu bekommen. Und ja, ich würde so ein bisschen was zum Film sagen einfach, ohne zu viel zu spoilern. Es handelt halt von Sebastian, der in dem Film tatsächlich auch Sebastian heißt. Ja, der mit seiner Freundin Ellie zu den Eltern von Ellie eingeladen wurde. Ja, weil die, ja, Sebastian endlich mal kennenlernen möchten. Und ja, das ist halt eine sehr, sehr reiche Familie. Ja, die sehr, sehr wohlhabend. Und er ist natürlich, ja, so als Einwanderer, ja, nach Amerika gekommen, beziehungsweise der Vater Salvo, der dann von Robert De Niro gespielt wird. Ähm, der ist halt komplett so patriotisch, so Sizilianer halt, ja, hat so seine eigenen Sitten und, ähm, gibt jetzt auch nicht so viel Wert auf Geld, sondern eher so auf die Familie, ne. Ja, und, äh, ja, Sebastian möchte Ellie gerne da bei diesem Familienwochenende einen Heiratsantrag machen und braucht dafür unbedingt den Ring der Großmutter, ja. Das ist so eine Tradition bei ihm in der Familie. Und den hat aber sein Vater Salvo, ja. Ähm, ja, und Salvo sagt, ja, nö, ich gebe ich den nicht, den, äh, kriegst du erst, wenn ich selber die Familie mal kennengelernt habe und mein Okay gegeben habe, ja. Sprich, Salvo kommt dann halt mit, ja, zu diesem Familienwochenende. Und da treffen natürlich zwei Welten aufeinander und, ja, da bleibt dann irgendwie die eine oder andere Panische, äh, ach, Panische sag ich schon, äh, ähm, dumme Situation halt nicht aus, ja. Also, da geht's dann schon so ein bisschen drunter und drüber. Also, ich finde, Robert De Niro spielt da wirklich alle wieder an die Wand, ja. Ja, also, da schafft es immer wieder irgendwie so ein Lächeln, äh, ins Gesicht zu zaubern, äh, zu seiner Art, ja, wer ihn kennt halt, sein, 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 wie er dann halt guckt, ja, oder seine, seine Reaktionen auf diese reiche Familie, die auch alles andere als normal ist. Die haben auch alle irgendwie ein bisschen ein leicht einen an der Klatsche, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und, äh, das ist einfach genial, ja, wer Robert De Niro auch kennt, der wird das auch wissen, diese Gesichtsausdrücke, die er dann da drauf hat und so. Da waren echt viele Sachen, wo ich schmunzeln und lachen musste bei, wobei auch viele Sachen ein bisschen der Humor ziemlich flach gehalten wurde, ja. Ich kann auch verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist, also, ne, aber ich finde halt, Humor ist sowieso, ne, jeder hat einen anderen Humor und das ist auch gut so. Also, mir hat das ganz gut gefallen, ähm, und ich würde dem Ganzen dann auch 6 von 10 Punkte geben. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte ist, äh, da sind etliche Extras dabei, ja, also für die, die auch auf Extras stehen und sich die auch gerne angucken, sind etliche, ähm, Interviews mit, äh, den Schauspielern, äh, der Regisseurin, ähm, ähm, Co-Produzenten und so weiter. Und es sind auch ein paar Sachen dabei halt, wie das Ganze halt gefilmt worden ist, ja, also Features halt, ähm, wie der Look entstanden ist und die Idee zu dem Ganzen und so weiter. Also, guck da auch gerne mal rein, ja, wen das interessiert, da ist gut was dabei. Ähm, ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, wer da irgendwie jetzt, äh, Interesse bekommen hat, ähm, ich würde noch dazu sagen, ähm, als Bewertung oder so, Empfehlung von mir für Leute, die halt, ich sag mal, die Hochzeitscrasher, ähm, der Chaos-Dad hier mit Adam Sandler oder, ähm, meine Braut, ihr Vater und ich, äh, gut fanden, die werden halt auch hier, äh, ihren Spaß haben oder definitiv, äh, ist halt so eine Empfehlung noch von mir, so noch, noch, äh, kurz vorm Schluss jetzt halt, ja. Ja, und, äh, wie gesagt, wer, wer da jetzt Interesse so ein bisschen geweckt bekommen hat, guckt gerne mal bei, äh, Leonine Studios auf die Homepage oder unter Insta rein. Ich, äh, werde dann in der Beschreibung die entsprechenden Links noch verlinken und sag einfach mal, ja, das war's jetzt von mir zu diesem, ja, Film, zu dieser Komödie, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir gerne einen Kommi oder sowas da, ja, und ich sag einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Blockbuster. Ciao.